rüber 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 ach fick die flash ich hab dich auch lieb nicht diese bösen wörter hab dich auch lieb flash nicht du bist ibar cool und jetzt durch 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 das ist echt so gemein gemacht hier bist du mal verreckt später ich weiß ehrlich rüber 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 wow wie geht's dir? super na? noch? dienis klein Aphentent du meinst du was man bei dir gehört hat knusper, knusper, schade ob man das bei mir hört? tja, komm doch tschüss was denn? jetzt wieder verarschen, oder? komm, kannst du jetzt noch lewig, noch lewig nein, warum? warum so ne kacke hier, hä? nein, ich verreck, ich ver... jetzt, jawoll er jongliert schon mal um sein Leben jonglier um sein Leben Leben, Leben Leben was war das? ich kann dich vorspielen und guckt sich danach immer alles ab das macht keinen Spaß das hätte ich so oder so gemacht an der Stelle Hachi, Hachi springst du daneben, oder? geschafft! zentus ist ein Affe war das jetzt ein Durchgang? ne, zwei zwei ich war doch noch einmal Fässer, wo ich doch wieder... ich weiß es gar nicht mehr ja oh man, nur noch so wenig Leben Unterschied oder Level ja hast du aber eben gespeichert, ne? ja, klar ne, hab ich nicht aber Junge das mit den Fässern ist so oder so gemein gemacht ich hasse die Fässer hier mit den Zahlen zählen den Fässern wop tschüss warum machst du das? hast du gelitten? ne das ist mir lieber Wolltest du ihn nicht haben? ne wollte ich nicht ach so hier nimm na gib her kannst du was gescheites werfen außer dir das ganze Zeit? nö der nicht das ist ein anderer ach komm man kann doch nicht mal sich bewegen ja ach scheiße ich hasse das Level nicht Flash zumpft der Fässer sechs Minuten noch was labert er hier? das gleiche wie immer bla 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 nochmal bla bla ach komm du alter Schnöse lass mich in Ruhe hast Opi hast Opi in Ruhe alter Opi alter Sack Spaß ach dein Lieblings Level stimmt? ich bin sicher das nächste Kapitel sind meine ganzen Lieblings Level ja das ist wirklich eins davon das ganze Kapitel guck mal meine platt gemacht hallo er wollte nicht ein Auge auf dich werfen sondern einen Haken ha 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 mit Flash ich bin so lustig dem 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 oh wie guck mal wie gleichmäßig sie laufen mit ihrem Krüppelbein kribbel 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 dich sagt da nix zu? Nö, das kennen wir ja irgendwoher. Hallo, ich hab Messer. Tschüss. Bis der ganze Anfang. Ich weiß, das hab ich gemerkt. Hab's gemerkt. Gemerkt, gemerkt, gemerkt. Dum, 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 dum. Scheiße, jetzt mach ein Mund. Wow. Fällt dir aber früh ein. Ist da irgendwas? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Man, was soll das? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Ich sag nichts, ich hab mein Mund. Kannst du mir das mal verraten, was das soll? Die ganze Zeit, ich bleib jetzt schon mal still bei dem Löffel. Wieso? Warum? Dass du dich konzentrieren kannst. Ja und, ist mir doch scheißegal. Ah, guck mal. Scheiße. Ich weiß. Geht nöch. Deswegen hab ich doch gesagt, scheiße. Jetzt ihn nehmen müssen, um sie da reinzuwerfen. Ich weiß, du, Assi. Na. Du Arsch mit Ohren. Besser so? Auch nicht. Wieso nicht? Ohren hab ich und Arsch hab ich auch unten. Tschüss. 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 Man ey, fick dich. Hatschi. Das ist was, echt. Super Level. Ehrlich. Super, super, super Level. Hallo. Du drückst auch richtig in dem Moment, ne? Jo. Ist klar, kenn ich irgendwer. Kennst du gar nicht. Safe. Wow. Yay. Yay. Hallo. Möchtest du das doch nicht in einem Durchwarn machen? Ein Durchwarn? Alter, was ist los mit dir? Kannst du mal bitte draufhören? Das macht jetzt gar keinen Spaß. Jetzt cheatest du, weil du weißt, wie man cheatet. Fick dich. Kann ich nicht Bumms machen. Ja, die Roten kannst du sowieso nicht Bumms machen. Ich weiß. Das ist zum Testen da. Zum Zeigen, ja, kannst du nicht so machen. Ups. Boah ey, warum fliegen? Das misst du so langsam, hä? Du musst öfters klicken. Merkt das, mach ich ja. Willst du richtig spielen? Ne, verrecken. Ach ja, zwei Minuten haben wir noch. Ja, mach ich noch einmal, das schaffe ich. Verrecken. Ja. Das so schaffst du zu verrecken? Weiß ich. Ja, schon. Ich mag das Level hier nicht. Was ist eigentlich mit dir los? Du hast nur noch Elf Leben. Frag mal das Level hier, warum ich Elf Leben noch habe. Nö. Level, das machst du gut. Nein, spring. Guck mal, jetzt hat er ihn. Was mache ich denn mit hier? Ein braver Junge ist Flash. Oh ja. Oh tschüss. Hatte ihn. Weg ist er. Find's gut. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Guck mal, das Schlimme ist, es sind dann nur zwei Sekunden drauf. Oh man, ganz ehrlich, das ist doch kacke mit dem Rumsteuern, dass es nicht fasse ist. Mann, ich könnte abkotzen. Du musst halt in den richtigen Momenten kriegen, desto länger gehen kannst, oder? Nicht drücken. Und damit wir bedanken, bis zum nächsten Mal bei Donkey Kong Country 2, Dini's Conquest mit dem Flash. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.